so in welcher stadt war da oben die stadt da gab es den beschwerungszauber welche bestie holen wir uns ins innen müsste ich eigentlich auch noch nur ein geld dafür ja auch ein 300 haben wir dann ja noch gut und da nämlich andere laner der 32 gekostet geschlafen wie ein stein aber war hier unten rechts im raum wenn ich aber den kann man ja trotzdem ruhig holen was ja nur noch 7.000 ich dachte in tausend wird schiefer ifritramo titan wie viel hat sie dann gucken ja und 30 mal kann sie den schocker berufen zwölf mal zwölf alles 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 zwölf jetzt zwölf mal gehen wir mal auf verkaufen wir gucken mal der notausgang brauchen wir noch mal halten wir mal aber nur ein chill gibt es noch ein bisschen sauber schlussle aktiswind hier diese bombenspitze und so die werde ich niemals erteilt konfus ja sowieso nie mit angriffsgeschwindigkeit ja wenn wir noch mal so einen kniffligen box boss haben dann können wir den ruhig mal benutzen erteilt blitzfeuer großen eis ist ein erdbeben auch legt das ziel mit einem schützen entspruch am liebsten würde ich das ja alles verkaufen komm ich kenne mich ich weiß nicht ob ihr auch solche hier genauso wie mit einem elixier lp und mp vollständig wieder her ne wir haben ein u 4 davon haben wir vier elixiere und man denkt noch so ja und die könnte man später noch gebrauchen könnte man später noch gebrauchen ja und später ist das spiel durch man hat nicht ein elixier genommen kennt ihr das phänomen also das kann weg aber man kann sechs stück weg man kann fünf stück weg kann man da kann man ein bisschen geld zu haben ich habe zwei kommen kommen hier auch zwei schwarzes blau haben wir nur einen bisschen entspruch kommen leben wirbelsturm kann man weg komm mal die waffen auch alles geld wir brauchen hier kommen wir da haben wir elf stück haben wir alles nicht weil das was ich ja jetzt habe haben wir 8.000 den würde ich sogar noch behalten wollen mal in einem bogen ja die anderen kann die anderen können jetzt keinen bogen aber diesen ich meine in einem bogen den behalten wir noch der kann weg der sieht stark aus ja sein dass wir die berufe doch wieder wechseln und dann wir wenigstens einen dicken bogen ja der kann sein pfeile kann weg ein paar pfeile mehr also das sind standard pfeile 8 schaden 17 schaden das ist ja genau euer pfeil ganze stück es war denn medusa 23 23 23 17 17 12 über die zwei wochen weg werden wir noch in dieser einen folge mal gekauft gehabt die behalte ich mal die würde ich auch gerne behalten genauso wie das das sind 53er bücher die krallen können weg wir haben 108.000 gel und ich wollte trainieren heute was stimmt damit die krallen sind auch schwach 53er krallen einem die drachen krallen würde ich sogar noch behalten wollen also wie die wollen wir mal weg jetzt schwer gesteckt streitachs behalten wir noch den wind sperr die habe ich habe ich gekauft behalte ich auch falls wir zurück zu dragoon wechseln kann ja auch noch mal vor und bummerang jetziger angriff und weg tuli kann kann nur geworfen werden an nur geworfen war ein und dann weg oder hat aber ein 200er angriff kann nur geworfen werden behalten wir mal weiß nur nicht wenn man den benutzt vor allem 200 angriffe ich kann mir nicht vorstellen dass er wieder kommt einmal werfen zack ist er weg gutes geld 88er angriff also so langsam kommen mir meine waffen ziemlich schwach vor wenn ich hier solche werte sie kann weg wenn niemals ein schild verwenden achte leder und nicht achte gibt es und rüstung hier weg 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 weil man die kanalie weg wachen-helms ha eher vor gerdinks mit dem titular gol dann haben wir die sperre auch noch ein bisschen geld für oh was man nur verkaufen kann. So, dann können wir ja jetzt auch alle kaufen, ne? Bang, 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 bang. Und haben immer noch genug Geld. Das gefällt mir. Guck mal, die stehen immer noch vorne. Ja, ja. Magie ablegen. Und lernen. 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 Was andere? Können wir uns gleich gerne mal angucken. Gucken wir mal, gibt es hier ein Waffenladen und so? Also Geldprobleme haben wir jetzt gar keine mehr. Also erstmal nicht. Gehen wir jetzt nochmal eben in die andere Stadt, weil da gab es ja auch noch für 10.000 neue Sonnensrüstungen, glaube ich, ne? Oh, jetzt können wir ja auch hier in der Stadt... Jetzt sind ja die ganzen... Oh, da müssen wir auch... Jetzt eigentlich direkt... Können wir ja hier die ganzen Häuser besuchen, ne? Ah. Und Magie gibt es ja auch. So, Feuer, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja. Aber ich glaube, der war sowieso von Anfang an offen. Guck mal, wenn ich jetzt hier so laufen würde, dann würden wir sehen... Wie gesagt. Wenn wir so laufen würden, dann würden wir sehen, wo es glitzert. Weil dann sieht man einfach nichts vom Spiel. Oh, und da können wir auch rein. Warum laufe ich denn auch einfach weiter? Können wir ja jetzt auch rein. Machen wir gleich. Gucken wir mal eben. Hier auf der Seite. Hier noch irgendwie was war. Im Laden oder so. Nein. Ähm. 3 Goldnern können wir noch holen. Jungfurtbusch. Oder 11. Dann holen wir auch noch mal eben 7. Ich bin schon fast geübt jetzt davon. Einfach voll zu holen. 38.000 ist egal. 3 Potion muss man immer grundsätzlich 99 Stück in der Tasche haben. Immer. So können wir ja. Und. Siehste. Guck mal hier. Gutes Ohm. Teil 1. Nach vielen Jahren ist es fertiggestellt. Das Instrument, das es uns ermöglichen wird, Objekte von unglaublicher Größe und Masse zu heben und zu kontrollieren. Wenn sich meine Berechnungen als richtig erweisen, könnten wir sogar den Planeten kontrollieren, auf dem wir leben. Buch des Auen Teil 3. Nein, das lesen wir noch nicht. Wir müssen erstmal Teil 2. Buch des Auen Teil 2. Kapitel 3. Alles ist vorbereitet. Ich werde Saronia nun verlassen und zur Forschungsstätte reisen. Ich werde meinen Sohn Dash mitnehmen. Er ist bereits ein begabter Wissenschaftler. Die Wände schenken wir gleich mal noch. Nein, das lesen wir gleich. Nein, das lesen wir gleich. Nein, das lesen wir gleich. Altes Buch. Teil 1. Die 4 riesigen Statuen brennen jeden nieder, der sich in ihre Nähe wagt. Ja, die kennen wir. Die 4 Zähne in unserem Besitz sind das, was uns eine sichere Durchfahrt gewährt. 4 Zähne. Ist nix, ne? Das wird sehr glücklich sein. Altes Buch Teil 2. Die Wind, Feuer, Wasser und Erdkristalle halten Licht und Dunkelheit im Gleichgewicht. Altes Buch Teil 3. Haben wir die Kraft des Lichts Missbrauch? Zu viel Licht fließt überall. Sie können es nicht aufhalten. Das ist das Ende. Altes Buch Teil 4. Die 4 Krieger, die aus der Welt der Dunkelheit kamen, haben das wütende Licht gestoppt. Wer sind sie? Woher haben sie ihre Kräfte? Wir wissen nur, dass ihre Tapferkeit die Welt von der Zerstörung bewahrt hat. Von vorne bestimmt wieder an. Hier finden sie. Die Kunst der Dunkelklinge. Die Berge, westlich von Saronia, bergen das Geheimnis der Kunst der Dunkelklinge. Da wo wir vorhin waren? Die Theorie des ewigen Motor. Seine praktische Basis hat das Rad der Zeit und temporärem Gleichgewicht von Antimaterie. Luftschiffe für Liebhaber. Unsere Redaktion wählt die drei großartigsten und spektakulärsten Luftschiffe des Jahres. Erster Platz, die tauchende Nautilus. Zweiter Platz, die kolossale Invincible. Invincible. Dritter Platz, die unbezwingbare Enterprise. So, aber von was für Zehn sind denn jetzt da gesprochen? Nein, das meine ich nicht. Die vier riesigen Statuen brennen jeden nieder, der sich in ihre Nähe wagt. Die vier Zehne in unserem Besitz sind das, was uns eine sichere durch... Zehne? Für Zehne? Habe ich Zehne? Oh, ich habe eben irgendwelche Zehne verkauft. Oh, war nochmal wichtiges. Karm des Wassers. Karm des Windes. Ein Kristallspieler mit der Kraft zu ziehen. Ah, wir brauchen Licht. Ah, okay. Das heißt, wenn wir alle vier Zähne haben, dann können wir die Statuen. Deswegen hat uns die ersten beiden nichts getan, sondern erst... So mal einer bis, ne? So, das war bestimmt irgendwo ein Geheimgang. Brauch nicht. Ne, 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 ne. Das sieht mir hier so richtig verdächtig aus nach irgendwo. Ein Geheimnis eigentlich. Und die Rückseite... Kann man auch nix klicken, ne? äh... der voll... ... forschte, äh... ... äh... ... voll... ... der vollständ... ... voll... ... der Komplettierung... ... halb man, sollte ich hier oben auch noch die Regale absuchen. okay gehen wir mal nach unten in die stadt die kommen hier rüstung 11 abwehr wir haben eine und 30 auch keiner braucht keiner braucht keiner wird man tut ja auch nicht mehr so hier könnte man sich wiederbeleben den laden habe ich oft versucht hier ist nichts das war ja noch nicht der einzige laden irgendwo war natürlich noch ein magieladen gewesen und dann ist auch irgendwo noch ein schwertladen hier noch in den in den Und hier waren wir schon, ne? Ja. So viele geöffnete Truhen kann nur mein Lutherfänger gewesen sein. Okay, dann oben rechts jetzt zur Stadt, legen wir mal hier rüber, das ist ein Lauf-Hole. Na komm, wir hier hoch, wir haben's gleich, wir haben's gleich, nein, hier wollte ich nicht rein. Und hier, ein Magialarm. Glitzka haben wir noch gar nicht, hoffen wir mal, beseitigen, teilt schwachen Gegner ein K.O. Einfach nur damit sie es haben. Wo haben wir, haben wir noch nicht, aber das kann man auch direkt lernen. Ein wenig... What is? Wow. Da geht ja die Abwehr. Cool. So, und dann war hier doch auch noch irgendwo, hier ist noch ein Waffenladen, aber hier gab's auch nur die Speere, ne? Die haben wir hier gekauft gehabt. Hier ist noch ein Waffenladen. Der war vorher auch zu gewesen. Feuerrute. Feuer belegt. Äh... Ja. Mit Stein. Wohl hier. Mit Stein. Zauberrute ist neutral. 33. Mit Anti-Z. Macht ja eigentlich viel mehr Sinn. Oder wen... Also das... Ja. 33 Angriff halt. Macht ja mehr Sinn. Mit Zauberrute. Das kommt einfach, weil die noch nebenbei irgendwie andere Effekte haben. Was trägt die denn jetzt gerade für... Feuerstab. Eichstab. Dann holen wir hier zwei Zauberstäbe. Das muss noch irgendwie einen anderen Effekt machen. So. In ihm... Erdt ja einen mit Stein. Dann holen wir noch einen mit Runen. Einmal Anti-Z. Einmal Stein. Bring sowieso nix. Ich weiß. Wird auch viel mehr Sinn machen, wenn eigentlich beide. Und dann gucken wir mal, ob das noch so hoch geht. Ihr habt jetzt 25, 21, 19, 34, 34, 40... Ja. 25, 21, 19, 34, 34, 40, 35, 36. Gucken, ob da irgendwas von hoch geht. 40, 35, 36. Intelligenz ist hochgegangen, ne? Ein Animus. 40, 35. Äh, 40, 30. Ich glaube, das ist hochgegangen. Und ihm geben wir noch... Ein Runenstab. Anti-Z. Anti-Z sagt mir jetzt gerade auch nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was Anti-Z gewesen ist. Und dann ja. So, sonst war's was mit Läden, ne? Ich würde gerne nochmal... Warte. Ist auch noch ein Magieladen. Stein. Analyse. Sturm. Ne, das war der erste Laden, ne? Gewesen. Der erste Laden da offen war. Müssen wir ins Inn? Ne. Schlafen hatten wir bestimmt. So, dann gehen wir mal in die andere Stadt. Musik. Ja, da. Ja. Na. Dann noch was war. Dann welche verschlossenen Türen vielleicht. Die jetzt nicht mehr verschlossen sind. Das sieht nicht genau aus. War nur der Drachentraum gewesen, ne? die dd die dd die dd unter Postcode immer zu natürlich dieser Postcode ein Schoko-Sogo und noch ein Schoko-Sogo hey, hab ich dich ah, jetzt kommt man noch mit ihm raus und hier einfach so rüber aber da brauchen wir ja eigentlich gar nicht wir haben ja unser Schiff ich weiß auch nicht, wofür wir Doppelbo brauchen dann könnte man hier halt ein bisschen rumlaufen achso und westlich westlich von Saronia, ne ja, das kann ja nur da oben in der Höhle sein wo wir vorhin trainiert hatten mal ein bisschen Geld zu kriegen aber Geld haben wir ja jetzt wir haben immer noch 111.000 Chill also die nächste Stadt kann ruhig kommen wir sind der Waffel wir gehen jetzt mal eben unten in der Höhle in der Höhle wo wir hin müssen ja, haben wir uns genug vorbereitet außer von den Leveln her haben die jetzt für Berufe hier 5 38 5 31 optimal ist was anderes auch 5 4 5 6 9 10 10 21 21 21 22